Guten Tag, hier ist wieder mal der Guzoa mit richtig fettem Clash of Clans. Er scrollt raus und sieht, was er noch vor sich hat, nämlich eine total unterlevelte Rathaus 9 Base. Wir schauen mal, ich würde gerne noch in den One Million Loot Clans, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich gerne vor. Ich gucke mal gerade nicht, dass ich mit dem, ne da bin ich wirklich nur Kriegssuschauer, das passt. Hier habe ich auch einfach mal ein Ausrufezeichen dazustehen, aber ist schon in Ordnung, läuft auf jeden Fall bei mir. Da bin ich aber gespannt, wie gesagt, da mache ich ja mit dem anderen Account dann ein Go Crack in die Richtung. Bin ich mal gespannt, was da so geht und jetzt greifen wir hier erstmal an. Wir können ja bald wieder unseren Beutebonus oder unseren Sternebonus hier machen oder ziehen oder wie auch immer. Auch nett, auch nett, aber halt eben, ich muss sagen, er hat es auch gut verteidigt und deswegen gehe ich da mit dem Truppen nicht rein. Ich will jetzt zum Beispiel wirklich einen halt wirklich inaktiv heal, sowas wollen wir haben, sowas ist natürlich gut. Da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, da hätte ich jetzt gerne am iPad angegriffen, muss ich einfach mal so sagen. Hätte ich definitiv gerne gehabt. Aber ansonsten ist natürlich wirklich hier auch wieder der Fall, ist halt die meiste, wie soll ich sagen, die meiste... Scheiße, mir fallen die Wörter nicht mehr ein. Gibt es denn sowas? Der meiste Nutzen, also Kosten und Nutzen im Gegenzug, sage ich mal, zueinander, bringt hier natürlich jetzt am meisten mit Bogies und Barbaren. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier reingehen. Da haben wir noch eine Mine, da haben wir einen Bohrer, da haben wir... Ja, es ist sehr verteilt. Sehr verteilt, very fertile. So, hauen wir hier... Oh ja, ja, wir haben Riesen. Wir haben Riesen, dann hauen wir hier nochmal Rage hier drin. Und dann... Oh, die Queen war ja schnell down. Hossa? Ne, da ist sie ja noch. Ja, das ist halt Mist, man sieht sie halt nicht irgendwie, dass sie halt irgendwie was macht noch oder so. Das ist halt echt doof. Das muss meiner Meinung nach gefixt werden. So, hier haben wir definitiv noch welche, die sich hier auskämpfen hier. Schön nochmal... Dunkles... Yo... Yo, Leute... Passt, ist okay. Für einen Bartschangriff ist das vollkommen in Ordnung. Ja, mit den Riesen passiert hier auch nichts mehr, weil die ja dann wirklich nur noch dev-mäßig raushauen. Aber... Soll ich das riskieren? Und... Ne, das ist mir jetzt da einen Rage raufzuballern, nur um eventuell die Goldmine zu bekommen. Passt aber, ist okay. Loot war da. Loot haben wir hier gesehen. Schatzkammer. Auch ein bisschen was drin. Ich muss mal gerade gucken, was so als nächstes kommt. Also, wir sollen auf jeden Fall natürlich unsere Truppen erstmal upgraden. Auf jeden Fall. Was kommt denn da so als nächstes? Was kommt denn da so als nächstes? Ich würde mal fast sagen, Heiler? Heiler mit 3 Mille? Ja, ich denke mal wirklich Heiler. Aber wiederum wäre es natürlich auch geil, hier den Bohrer abzugraden. Okay, jetzt gucken wir uns gleich nochmal ein paar Angriffe an. Und da werden wir dann auch noch ein paar Kommentare nicht ablassen, sondern einfach nochmal beantworten. Ne, gucken wir erstmal hier nochmal bei Samiboy rein. Ja, genau. So typischer AFK-Gegener. Ja, was heißt AFK-Gegener? Aber da war halt ein bisschen was nicht online. Dann kann man das sich auf jeden Fall gönnen. So, jetzt gucken wir mal hier. Zack. Wuhu. Ja, da war nichts Wichtiges dabei. Ähm, so. Jetzt gehen wir auf. Zack. Gucken wir mal, was hier noch so gesagt wurde. Die ersten drei Kommentare waren beim Video unter der Schatzkammer plündern. Eins, eins, eins. Dreimal die Eins. Dann immer erst Like. Vielen Dank dafür von der King. Grüße nach Hamburg und Queenwalk ist inzwischen meine Standard-Taktik. Ist auch, ja genau. Chris Nerfer schreibt dann. Deine auch, ja. Ähm, es ist halt wirklich so. Also die hat sich echt, meiner Meinung nach, echt durchgesetzt. Anja schreibt schlecht. Okay. Wie gesagt, dann wirst definitiv nicht gezwungen, meine Videos anzugucken. Keine Sorge. Ähm, wenn es dir nicht gefällt, sage ich jetzt mal, ist das vollkommen okay. Dann darf man das auch gerne, ähm, nicht angucken. Klar, logisch. Ähm, dann ging es um die Wartungspause. Klar. Dann schreibt Jade Star M. Machst du immer Videos um 13 Uhr? Ja, also ich hau die regelmäßig eigentlich zu 13 Uhr raus. Weil ich das am besten finde eigentlich. Weil, ja, zu 13 Uhr sind dann schon viele so weit mit der Schule durch. Weil ich hab das wirklich am Anfang gehabt. Ich hab die 8 Uhr rausgeknallt. Hau die 8 Uhr raus und merke, ey, hier, die werden ja, äh, geguckt. Und dann aber irgendwie in der Schule. Aber es geht halt gar nicht. Das geht halt wirklich gar nicht. Und das, da hab ich dann halt eben auch reagiert drauf. Ähm, weil klar, wenn die dann in der Schule geguckt werden, klar kann ich das natürlich nicht vermeiden. Also ihr könnt natürlich auch ein Video von gestern, heute in der Schule gucken. Logisch. Aber, ähm, sowas, wenn ich das halt so halbwegs einordnen kann, dann mach ich das natürlich auch gerne. So sieht's aus. Und deswegen kommen die eben meistens 13 Uhr. So, dann gucken wir mal weiter. Hä, bau doch den scheiß X-Bow, wenn du 5 Millionen hast. Ne, wollte ich halt nicht. Also schreibt X-Hyper, ähm, und dann schreibt Grünquell wiederum als Kommentar, hätte meinen gestern fast ausgebaut, aber dann doch lieber Bogieturm für 4,5 Mille. Ja, muss man wissen, was einem mehr gefällt, beziehungsweise halt eben testen. Hier sehen wir halt auch die Luftabwehr. Ja, ganz ehrlich, das Fliegen der Pfeile der Raketen sieht besser aus. Gefällt mir mehr. Aber gut, das ist nur so eine Kleinigkeit. Guso, kannst du noch ein Video heute hochladen? Bin süchtig nach deinem Video. Ja, das ist natürlich echt eine coole Sache. Das gefällt mir halt richtig gut. Ähm, du kannst die Videos in Schleife genießen. Genau. Ja, vielen, vielen Dank dafür. So, dann schreibt JustMusic. Äh, Guso, würdest du mir einen Gefallen tun? So wie ich dich kenne, gibst du gerne Feedback? Okay. Gucken wir gleich mal. Sehr guter Loot auf jeden Fall. Das hat gepackt, also was heißt sehr guter Loot? Also war, äh, gut losgezogen. Und haben wir dann nochmal 600k, immerhin. Dann geben wir uns das gerne. Ähm, und zwar würdest du mir einen Gefallen tun? So wie ich dich kenne, gibst du gerne Feedback. Habe dich schon unter ein paar Videos von unbekannten YouTubern gesehen. Ich würde mich freuen, wenn du mal sagen könntest, ob mein Kanal gut oder schlecht ist. Bald die 200k weiter so. Gucken wir mal rein. JustMusic. Da muss ich natürlich gucken, ob das soweit lizenzfrei ist. Muss ich ja mal ganz ehrlich gucken. Weil ich will ja jetzt nicht irgendwas abspielen, was ich dann halt gar nicht darf. Ich gucke aber da mal rein und gucke mal, ob das hier so passt soweit. Es geht um Musikkanal. Äh, gucke ich, also gucke ich selber halt mal rein. Ich, äh, schreibe ihm da auch was dazu, ganz klar. Aber ist mir jetzt ein bisschen zu tricky, das eben, ja, einfach so in einem Video zu bringen. Weil ich halt eben nicht weiß, ob das halt wirklich komplett Copyright-freie Sachen sind. Da möchte ich kein Strike-Cast sehen. Ganz klare Sache. Da muss man eben wirklich richtig, richtig aufpassen. Ach, kommt, hier, kommt, jetzt, 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 jetzt stylen wir das mal mega ab. Komm, komm, das wollen wir jetzt. Ich glaube, das wollt ihr auch sehen, sowas. Kommt, ähm, ich mach das Feld mal ein bisschen kleiner. Kleinen Moment, ich gehe jetzt auf Instagram. Instagram! Und jetzt geben wir uns das mal richtig. Genau, genau. Der Gusua geht auf Instagram mal mega ab. Kommt hier. Ja, das ist der kleine Deseax, der einfach mal richtig abgeht für 50.000 Subs. Und da hat er mal ordentlich gegönnt. Achso, für die, die halt bei mir, äh, ja, Instagram-mäßig vorbeigucken wollen, dürft ihr das natürlich gerne machen. Gusu-YouTube. Da seid ihr dabei. Das ist prima. Und so weiter und so fort. Ja, dann gucke ich halt nochmal bei Deseax vorbei. Ich zeige euch mal, wie das so bei mir aussieht. Ähm, ja hier, haha. Was genau? Dann seht ihr halt auch mal, was ich so abonniert habe. Ist ja ganz wenig. Hier da, das war richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Das Foto habe ich sogar gemacht. Ähm, und zwar war ja Lichtle mit Deseax zusammen bei mir. Und wir sind halt eben draußen nochmal so rumgelatscht, weil wir halt nicht nur drinnen sitzen wollten. Und da hatte ich seine Kamera und hab da halt eben ein bisschen Fotos gemacht. Und es hat echt Spaß gemacht. Da waren sie, äh, schade, hier sieht man es nicht richtig. Da waren sie auf dem Hoverboard von, von Deseax. Und, äh, waren mal schön unterwegs. Das war echt eine coole Sache. Das ist hier der, der Kumpel von mir, der mich zu COC gebracht hat. Und viel mehr habe ich gar nicht abonniert. Ich habe ganz, ganz wenig abonniert. Und hier, ja, sieht er halt. Ordentlich Loot am Start. Hier, guckt mal, zu dieser Zeit, genau. Das, da war es vor fünf Wochen. Aber, ähm, das habe ich vor fünf Wochen sozusagen gepostet. Aber das ist natürlich schon eine halbe Ewigkeit her, klar. Aber da sieht man mal wirklich, wie krass das wirklich abgeht. Das ist halt mega geil. Hier, oh, richtig nice von, von Lichtle, die Camps. Das läuft halt richtig geil. Ah, genau, da waren wir, da haben wir uns diese kleinen, nochmal so ganz kurz. Da haben wir uns, äh, also Lichtle und Deseax haben sich so eine kleinen Autos geholt. Warte mal, ich glaube, eins liegt sogar noch hier. Kleine, Moment. Sehr geil, der Scheiß. So, und dann haben die sich echt so ein, jeder so ein 10 Euro Auto gekauft. Ich halte das mal so ein bisschen klimmen. Also jeder hatte hier so ein kleines Autochin. Und dann hast du halt hier so eine Fernbedienung. So, und dann natürlich, ich muss mal gerade gucken, ob das überhaupt, da wird der Akku leer sein. Also, die Batterie. Ich gucke mal. Ah, doch, ja, es hat ein bisschen was getan. Ja, jetzt nichts mehr. Also, es ist leer, offiziell. Leer gespielt. Also, auf jeden Fall, ähm, haben die dann zusammen da mit diesem Zeug gespielt. Und, äh, haben sich das gekauft. So. Und dann standen sie da. Ja, scheiße. Äh, wir brauchen dafür auch Batterien. Also, wieder zu Konrad rein. Und dann wieder geholt. Ja, hier, da war ich richtig nach dem, nach dem Schneiden. War ich richtig K.O., aber das Foto fand ich geil. Habe ich dann gleich mal bei Insta gepostet. Zwei Golems. Einfach so eine Sache. Hier, da, wirklich für, für die halt, wirklich die halt nicht wissen, warum ich halt, äh, Guzoa mich genannt habe. War halt wirklich, weil ich, wie gesagt, aus Guzo komme. Und, äh, da dachte ich mir auch, komm, das musst du einfach mal machen. Das musst du einfach mal zeigen. So. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein für diese doch etwas längere Folge. Aber ich finde es immer gut, wenn man nicht so diesen Standardtrott hat, sondern, dass man wirklich zeigt, hier, so sieht es aus. Und, ja, dass ihr immer mal wieder was Neues seht. Das war es von mir. Ihr haut rein. Ciao, ciao. Und wenn ihr mal Bock habt, wie irgendwie auf so eine Instagram-Runde oder, ja, Snapchat habe ich ja nicht sowas. Facebook bin ich ja auch. Logischerweise facebook.com slash Guzoa. Könnt da natürlich auch ein Like da lassen und dann passt das. Da kriegt man dann schon relativ viel mit, so grundsätzlich. Das war es von mir. Ihr haut rein. Ciao, ciao.